Auf dem Programm stehen nun ein Besuch der Schlossruine Kallö und Dänemarks zweitgrößter Stadt Aarhus an. In diesem Film habe ich beide Touren zusammengefasst, denn auf der Fahrt nach Aarhus passieren wir ja halt auch Kallö. Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass man für den Besuch der Schlossruine einen ganzen Tag einplanen sollte. Der Ort ist einfach zu schön, um hier so durchzuhetzen. Ja und ein Trip nach Aarhus, da reicht ein Tag eigentlich überhaupt nicht, wenn man die gesamte Stadt erkunden möchte. Dennoch lohnt sich ein Tagestrip in diese interessante Stadt. Man muss sich halt einen Plan machen und einige Punkte heraussuchen, die man anlaufen möchte. Bis zur Schlossruine Kallö sind es von Sölisgaard Camping knapp 20 Kilometer Autofahrt. Am Ziel gibt es zwei Parkplätze. Dort lässt man einfach sein Auto stehen und begibt sich auf den Weg zu dieser kleinen Halbinsel. Ja, ganz da hinten sehen wir schon die Schlossruine. Noch haben wir jedoch einige hundert Meter über diese historische Straße oder besser Weg zu laufen. Vor über 700 Jahren, genauer gesagt 1313, wurde mit dem Bau der Burg Kallö begonnen. Und wenn man dann diesen Kopfsteinpflasterweg Richtung der Burg läuft, dann sollte man sich bewusst machen, dass man hier gerade auf einer im Mittelalter erbauten Straße geht. Und es ist tatsächlich die längste noch erhaltene mittelalterliche Straße Dänemarks. Wie viele Menschen mögen über die Jahrhunderte diesen Weg passiert haben. Mit die bekannteste Persönlichkeit, die diesen Weg beschritten hat, ist der spätere schwedische König Gustav Vasa. Und das kam so. Nach einer im Jahr 1518 von Schweden gegen Dänemark gewonnenen Schlacht, sollten auf schwedischer Seite Verhandlungen zwischen beiden Ländern stattfinden. Gustav Vasa war Schwedens Verhandlungsführer. Sein Gegenüber, König Christian II. von Dänemark, dachte aber gar nicht daran zu verhandeln. Stattdessen nahm er die schwedische Delegation gefangen und verbrachte sie nach Dänemark und kerkerte sie auf Kallö ein. Ein Jahr später jedoch konnte Gustav Vasa als Kutscher verkleidet nach Lübeck flüchten und gelangte so wieder nach Schweden, wo er dann 1523 zum König gewählt wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Vor jetzt gut 500 Jahren ist dem späteren schwedischen König über diese Steine die Flucht gelungen. Ja, diese alte Straße könnte wohl viele kleine und große Geschichten erzählen. Wenn, ja wenn, man sie nur zum Reden brächte. Angesichts dieser schönen Eindrücke wird nun auch klar, was sich bereits andeutete, dass man sich für Kallö doch etwas Zeit nehmen sollte. Einfach mal hin und zurück, ja, dann verpasst man wirklich etwas. Also, ist man in Duosland unterwegs, dann sollte Slotsruin Kale unbedingt auf dem Reiseplan stehen. Einen Tipp habe ich noch. Es gibt einen wunderschönen und lesenswerten Blog von Chris Gaube. Klittli, der kleine Dänemark-Blog. So hat er seinen Blog genannt. Hier erfährt man viel Wissenswertes und Interessantes rund um Dänemark. Ich erwähne dies gern, weil Chris einen sehr schönen Beitrag über die Slotsruin Kale veröffentlicht hat. Das sollte man nicht verpassen. Das sollte man nicht verpassen. Was wird das jetzt? Das sieht aus wie ein Miniaturhaus in einer Kiste. Aber dazu nachher mehr. Ja, wir sind jetzt in Aarhus. Vorab hatte ich recherchiert, wo man in Aarhus kostenlos parken kann. Die Wahl fiel auf einen Parkplatz am Botanischen Garten in der Nähe der Gamleby, der alten Stadt. Für vier Stunden kann man hier kostenlos parken. Natürlich mit korrekt eingestellter Parkscheibe. Das muss in Dänemark immer drin sein. Ja, und wenn ich neu in einer Stadt bin, dann stürme ich nicht gleich zu den Top 5 oder Top 10 der Sehenswürdigkeiten, sondern laufe einfach erstmal los. Denn so bekomme ich ein besseres Gefühl dafür, wie die Stadt tickt, sage ich mal. Wo wohnen die Leute, wie leben sie, wie fühlt sich die Stadt an? Das war mein grober Tourenplan, den ich im Großen und Ganzen mit leichten Abweichungen auch eingehalten habe. Nun geht es schon durch den Botanischen Garten in Richtung der Gamleby. Ein sehr schönes und abwechslungsreiches Gelände, das zum Spazierengehen einlädt. Bis zum Spazierengehen. Hier die alte Mühle im Botanischen Garten. Und ein Blick auf das große Gewächshaus. In unmittelbarer Nähe des Botanischen Gartens findet man auch das Freilichtmuseum den Gamleby, die alte Stadt. Ein interessantes Freilichtmuseum, welches das städtische Leben nachbildet. Aktuell befinden sich über 75 historische Häuser in dieser Anlage. Und es handelt sich wirklich um alte, existierende Häuser aus ganz Dänemark, die hierhin verlegt wurden. Die Gebäude der Stadt sind bestimmten Themen gewidmet. Man findet zum Beispiel eine alte Brauerei, ebenso wie eine historische Autowerkstatt aus den 70er Jahren. Ein Besuch lohnt sich sicherlich. Für die Besichtigung sollte man aber allerdings ein wenig Zeit mitbringen. Das ist auch der Grund, warum ich auf den Besuch den Gamleby verzichten musste. Denn heute steht ein allgemeiner Stadtrundgang auf dem Programm. Mein Ziel ist es nun, den Dom zu erreichen. Und so lande ich auf der Westergale. Hier geht es gerade an der Wofru Kirche, also übersetzt an der Liebfrauenkirche, vorbei. Diese Kirche wurde im 13. Jahrhundert von den Dominikanern errichtet und diente lange Zeit als Klostermau. Bevor es weiter auf der Westergale geht, noch ein kleiner Schlenker vorbei am Möhleparken zum Möhlesdien. Hier am Möhleparken lugt auch schon hinter den Bäumen das Kunstmuseum mit dem bekannten Rainbow-Panorama hervor. Der Möhlesdien entstand bereits im 13. Jahrhundert und die meisten Häuser der Gasse entstammen der Zeit um ca. 1750. Charakteristisch für diese Gasse sind die vielen Rosenstöcke, die sie zu einem sehr idyllischen Ort machen. Hier herrscht geschäftiges Leben und viele kleine Geschäfte und Läden reihen sich aneinander. Ich war etwas früh in dieser Straße, ja und da hatten viele Geschäfte noch gar nicht geöffnet. Und hier kann man ruhig auch mal die Hauptstraße verlassen und mal links oder rechts in die kleinen Seitenstraßen abbiegen. Auch hier geht es quirlig und bunt zu. Ja, wir haben den Dom von Aarhus gleich erreicht und schauen mal in diese schöne Kirche hinein. Die Kirche ist dem Heiligen St. Clemens geweiht. Das ist der Patron der Seefahrer. Um das Jahr 1200 wurde der Bau dieser Kirche begonnen und somit befinden wir uns in einem über 800 Jahre altem Gebäude. Die Geschichte des Doms ist sehr wechselvoll, denn nach einem verheerenden Brand im Jahre 1330 fristete die Kirche 119 Jahre lang ein Leben als Ruine. 1449 begann dann der Wiederaufbau und die Vergrößerung und 51 Jahre später konnte das Vorhaben dann abgeschlossen werden. Und dann das nächste Unglück. Durch einen Blitzeinschlag wurde der Turm 1642 ein Raub der Flammen. Bis Ende der 1920er Jahre war der Dom sozusagen turmlos. 1931 war die Neuerrichtung abgeschlossen und so stellt der St. Clemens Dom zu Aarhus mit 96 Metern Höhe ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt dar. Ja, nun steht noch ein besonderes Highlight an, nämlich der Selling Rooftop. Vom Aarhus Dom sind es nur ein paar Minuten Fußweg Richtung Süden über die Sonnergehe. Wir kreuzen nun das kleine Flüsschen, die Aarhus-Aar, die sich durch die gesamte Stadt hindurch schlängelt. Nun ein Blick auf die andere Seite. Oh, das sieht ja recht beliebt aus und ja, da muss ich doch mal einen Blick drauf werfen. So, nun bin ich unten an der Promenade der Aarhus-Aar. Ja, und das Rätsel ist gelöst. Ein Restaurant neben dem nächsten und richtig Betrieb hier. Eigentlich müsste man sich hier auch niederlassen. Nein, nein, das geht nicht. Ich habe ja mein Ziel, Selling Rooftop. Selling ist ein großes Kaufhaus in Aarhus und auf dem Dach soll sich eine sehr schöne Terrasse befinden. Also, ganz schnell den Rückwärtsgang einlegen. Wow, ja das nenne ich mal eine Dachterrasse. Hier lässt es sich gut aushalten. , ja das meinst Called da. Und dieser kleine Skywalk, ja der sieht von hier auch schon erstmal klasse aus. Und da möchte ich jetzt auch einmal hin. Also auf geht's. Das lässt sich ja gut an. Jetzt ist es um die Mittagszeit und ich entdecke neben Touristen einige Leute, die hier offensichtlich ihre Mittagspause verbrieren. Trotz meiner Höhenangst laufe ich mutig weiter bis vorne an das Ende des kleinen Skywalks. Ein wenig mulmig wird es mir doch schon bei dem Blick durch den Boden auf die Häuser und die Straße. Und nun hat sich das anfängliche Rätsel auch gelöst. Es ist kein Miniaturhaus in einer Kiste, sondern wir blicken auf ein reales Haus in der Söndergale von Ors. Auf dem Rückweg bin ich noch in die ehemaligen Docklands gefahren. Hier entsteht seit einigen Jahren ein neues, modernes Wohngebiet. Und mein Ziel sind die im Jahre 2013 fertiggestellten Eisbärlhäuser. Und dort sind sie schon zwischen dem Wohn- und Bürokomplex zu entdecken. Die Häuser sind dem Stil nach und in der Anordnung den Eisbergen nachempfunden. Insbesondere wenn man den Hafen von Aarhus mit dem Schiff anläuft, steuert man geradewegs auf die Eisberge zu. Das muss ein sehr schöner Anblick sein. Und mit diesen Eindrücken endet der schöne Tagestrip nach Aarhus. Und mit diesen Eindrücken endet der Söndergale von Aarhus. Und mit diesen Eindrücken endet der Söndergale von Aarhus.